Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ahrweiler. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. In diesem Jahr feierte der Vulkanexpress die Schmalspurbahn im Broltal ihr 40-jähriges Bestehen. Jetzt fand das große Bahnfest statt, das Eisenbahnfreunde aus Nahenfern in Schönebroltal lockte. Organisiert wurde das Fest von der Interessengemeinschaft Broltal-Schmalspureisenbahn e.V. Es gab Modelleisenbahn in verschiedenen Maßstäben und auch die Eisenbahnwerkstatt war für das Publikum geöffnet. Hier konnte man nach Lust und Laune staunen und begutachten. Für die historisch Interessierten gab es eine Bilderausstellung mit Führung. Zusätzliche Verkaufsstände boten nette Dinge rund um die Eisenbahn an. Auch an die kleinen Eisenbahnfreunde war gedacht worden. Ein Kinderzug mit einer echten Dampflok zog seine Bahnen. Die eigentliche Sensation und die absoluten Stars aber waren die alten Dampfloks, die vollbesetzte Züge schnaufend ins Broltal hinaufzogen. Das nächste große Bahnfest gibt es mit Sicherheit in 10 Jahren, wenn der Vulkanexpress 50 Jahre alt wird. Aber kein Problem, denn bei den historischen Zügen gilt das Motto, je älter, desto besser. Bis zum nächsten Mal.